Hochmut kommt ja bekanntlich vor dem Fall. Genau das bekommen jetzt auch Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan zu spüren. Der Millionendeal zwischen den Sussexes und dem Streamingriesen Spotify ist geplatzt. Aber was mich wirklich nervt inzwischen, und wir haben das ja auch von der Psychologin jetzt sogar mal analysieren lassen, also dieses ständige, Meghan sagt ja immer, alle anderen sind schlimm, alle anderen machen alles falsch, alle anderen wollen ihr nur böse. Also ihre eigene Familie, ihr Vater, ihre Geschwister, das englische Königshaus. Gewisse Prominente, also alle machen alles falsch, nur sie ist die Einzige, die alles richtig macht. Und als ich das jetzt die Woche, wir haben ja berichtet, als das jetzt mit dem Podcast öffentlich wurde, sie verlieren ihn, dann kam ja auch raus, das fand ich auch unglaublich, dass sie gelogen hat, was die Interviews angeht. Sie tat ja immer so, als hätte sie selbst die Interviews geführt, jetzt kam aber raus, ihr Team hat diese Interviews geführt. Also nicht alle, ne? Nicht alle, aber schon die meisten.